Ich nehme mir vom Tag der Lehre mit, dass es mittlerweile sehr viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich mit dem Thema Inverted Classroom Model beschäftigen und dass wirklich die Vorzüge dieses Modells mittlerweile doch sich stark verbreiten und einer weiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das ist sicherlich auch ein Vorteil dieser Konferenz heute. Besonders gut gefallen hat mir der zwanglose Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, gerade in der ICM-Werkstatt, in der Lounge, einfach einmal in die Diskussion zu kommen mit verschiedenen Fachvertreterinnen und Fachvertretern, um dort tatsächlich die praktischen Aspekte des Modells, des Konzeptes zu diskutieren. Ja, was werde ich ausprobieren oder umsetzen? Ich denke mal, ich werde noch stärker darauf achten, eine Methodenvielfalt oder Methodenvielfalt zu schaffen in den Präsenzbeanstaltungen. Da habe ich sicherlich einige interessante Anregungen bekommen von Kolleginnen und Kollegen, die das ICM bereits jetzt einsetzt.